Fußballfreunde, macht eure Lachmuskulatur bereit! Hohohohoho! Heute geht's um die lustigste Momente im Fußball. Versucht hier nicht zu lachen. Was macht der hier? What the fuck? What the fuck? No 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 no! Kielski! Und Kielski macht's! Olstein Kiel macht das Tor! Gegen den FC Nürnberg, oder was? Oder was ist los? Oder was ist los? Junge, wie los? Wie los? Das tut so weh! Ja, da guckst du als Keeper mal richtig doof. Und Longley denkt sich auch nur so... Ja, da guckst du richtig doof! Ja, jetzt komm ich rein! Jetzt komm ich rein! Davison Sanchez macht sich bereit! Davison Sanchez macht sich bereit! Und geht gleich rein in die Partie! Geht gleich rein in die Partie! Und was macht er? Ja nix macht er! Nix macht er! Wo steht er denn? Er läuft hier nach wie so ein kleiner... Oh ne, das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Das ist so schlecht! Aber gut, er steht immerhin auf meiner Liste drauf! Und mit er meine ich die Tottenham Hot Spurs! Denn ich hab mir zehn Mannschaften rausgesucht, die in diesem Video vorkommen werden! Aber sollte eine davon nicht vorkommen, muss ich als Bestrafung nicht nur diese scharfe Chili essen! Sondern mir auch hier dieses dauerhafte Gelache ertragen! Denn das ist ja nicht lustig, wenn man hier das scharfe Chili essen muss! Oder zumindest nicht für mich! Do lasst du! Und er sieht wieder nicht gut aus! Er sieht wieder nicht gut aus! Dass ihr zuhause werdet wieder lachen, wenn ich das essen muss! Und ihr wünscht mir das doch! Aber ich kenn euch doch! Aber ich hab da keinen Bock drauf! Und der muss hier erstmal betreut werden! Denn Junge, das war... Oh, tut auch weh! Jetzt kommt Harry! Jetzt kommt Harry! Und ich hab mir United notiert! Das ist schon mal gut! Komm! Was macht er? 2-0 United! Einfach absichern! Einfach absichern! Harry Maguire! Er kann dir doch einfach nur leid tun! Sorry, Freunde! Er kann einem doch einfach nur leid tun! Ich hake ihn jetzt einfach mal mit trauriger Musik untermalt von der Liste ab! Aber... Oh! Boing! Und rein da! Der Kerl ist die ärmste Sau! Der Kerl ist das ärmste Schwein! Wirklich! Das ist schon nicht mehr lustig! Aber ich glaub, sie haben ja das Spiel auch noch 2-2 gespielt! Kepa jetzt! Erklärt! Erklärt! Aha, ich mach den hier! Ich mach den hier! Zack, zack, zack! Raheem Sterling denkt sich so... Junge, labern nicht! Schweine labern auch nicht! Und jetzt Kepa, jetzt regt er sich auf! Oder was? Jetzt regt er sich gleich auf! Aber was ein Laserstrahl, Frank Lampard! Der tut einem auch leid! Der verheizt sich hier komplett und seine Trainerkarriere für den... Ja... Und Ted Bowie will... Der will die komplette Kohle zurück! Verstehe ich! Alter! Chelsea ist so ein Scherbenhaufen! Chelsea ist so ein Scherbenhaufen! Chukwuse! Chukwuse! Oder heißt der so? Irgendwie so? Ich weiß nicht, wie man den ausspricht! Hat auf jeden Fall eine richtig geile FIFA-Karte! Mörder-Pace! Und was ist das für ein Huf! Und jetzt gegen die anderen Teams! Da ist er los! Oh mein Gott! Oh, gegen Valadolid! Gegen das andere Real reicht's nicht! Kann er den leeren Ball nicht reinknuspern? Kann er ihn nicht reinknuspern? Und er guckt nur betröppelt! Aber er steht doch auf meiner Liste! Brauchst du ihn nicht schämen, Junge! Brauchst du ihn nicht schämen! Ist alles gut! Alles gut! Das Candreva! Ist das Antonio Candreva! Der macht den Tritt hier! Oh! Da tut's ihm Popo weh! Ihm tut's ihm Popo weh, Freunde! Ui! Dortmund gegen Stuttgart! Oh! Geblockt! Dortmund! Dortmund! 92. Und er läuft an Kobel vorbei! Er läuft an Kobel vorbei! Oh! Das ist ein Kobel! Ein Kobel! Am Stuttgarter Keeper! Kobel war bei Stuttgart! Ja! Und dann! Dann kommt aber die Rache! Die Rache von Borussia Dortmund! 96! 97! Dollasso! War eigentlich ziemlich schwierig für mich als Schalke-Fan! Denn ich gönn's natürlich Stuttgart mehr als Dortmund! Aber die sind ja auch noch im Abstiegskampf! Und die mir schwierige Hase! Aber ja! Dortmund! Dortmund! Junge! Stopp! Dortmund steht auf meinem Listchen! Das ist natürlich Dortmund! Ein klarer Dortmund-Fan! Junge! Was ist der? Junge! Junge! Er bekommt ihn ins Gesicht! Und hat Renrabiot gezaubert! Der rollt sich ab! Er rollt sich ab! Die Rolle des Todes! Und jetzt wird gestritten! Jetzt wird gestritten! Und Benfica ist Burning Hall! Und der Fan zeigt die gelbe Korde! Und Raphael Leao! Leao! Raphael Leao! Junge! Windows Error Sound! Was ist denn da los? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Den macht er nicht! Raphael Leao! Und dann tritt er die Fahne noch um! Raphael Leao steht auf! Also AC Mailand steht auf der Liste! Und wir haben 5 noch! 4 noch! Ne 5! Schalke, HSV, PSG, Ajax, Barcelona habe ich hier noch irgendwo stehen! So auf der Liste! Keeper! Keeper! Hätte doch gut ausgesehen! Dreht sich zweimal und hat fast noch Glück! Hat fast noch Glück! Und dann hat er so einen Bad Bounce! Oh ne! 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 Das wieder wäre real! Ja, das ist wieder real! Goal! Der Kommentator setzt schon an! Richtiger MPC! Richtiger MPC! Oh! Ne! Kann nicht sein! Ja! Oh! Oh! Was ist das? Oh ja! Setzt ihn komplett auf den Hosenboden! Er so! Zack! Und er so! Lieber eine Verletzung faken! Lieber eine Verletzung faken! Und mit Würde runtergehen! Oder er hat sich wirklich verletzt! Wünsche ich ihm natürlich nicht! Aber es sah sehr so! Na ja! Komisch aus! Was ist das für ein Abstoß? Junge! Junge! Also warum ist Schalke noch nicht auf der Liste? Ist das von Venezia? Ist das Venezia die hier treffen? Oder die das Tor, das sieht nach Venezia aus! Oh! Gut angenommen! Macht er den! Junge! Macht er den! Was ist denn das für ein Win? Was ist denn das für ein Win? Junge! Junge! Der zaubert es mir! Ein Lächeln ins Gesicht! Aber ein Freund lächeln! Hui! Hui! Huiya Akita! Sie haben das! Das japanische! Keine Ahnung! Sieht aus wie ein schwaches Juve Logo! Huiya! Huiya Akita! Juve und wieder chinesische Zeichen! Keine Ahnung! Digga! Wenn jemand von euch chinesisch kann, schreibt es mir in die Kommentare was da steht! Oh! Den Ball schön runtergestoppt! Perfekt! Für Anthony Martial! Für Anthony Martial! Und wenn sogar Martial trifft, dann weißt du, dann bist du wirklich in Trouble! Denn der Kerl hat glaube ich neun Tore in den letzten paar Jahren erzielt! Da geht gar nichts! Oh! Oh! Flutschfinger! Käpt'n Flutschfinger! Käpt'n Flutschfinger! Passiert dir mit meinen Handschuhen? Sicherlich nicht! Und die sehen auch noch verdammt gut aus dabei! Guck'n wir mal! Oh! 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 Von der Beteigun! Da wird's gemützelt! Oh! Geiles Trikot von West Ham! Und die nutzen das hier natürlich! ễ pat'n hot altered! Aber schon langsam brauch ich hier noch meine Vereine hier! Denn es fing gut an aber jetzt haben wir irgendwie nix mehr dabei! Ajax Barcelona HSV Schalke PSG wie gesagt aber das ist hier in Italien das brauche ich garnicht! Oh da! Oh! Ist das Schalke? Das ist Schalke! Oh! Ist da Matriciani mit dem? Matriciani, der die Hertha schlägt Matriciani, Schalke ist dabei Schalke ist dabei in dem Video Ja, gute Besserung, aber das war unabsichtlich Aber das ist natürlich total blöd getroffen Gute Besserung an der Stelle Aber alter Verwalt Oh, nee, nee, oh, Gedrehung und drehen Oh, nee Kreuter führt gegen Jan Regensburg Da kann er den Kreisel machen und schließt ab Ehre Lazio Romsky Lazio Romsky rein in die Mitte Immobile, Immobile, Immobile Nimm doch den Kopf, Junge Du kannst ihn doch, oder mit dem Knie Aber Milinkovic-Savic denkt sich auch nur so Warum spiele ich denn in das, oh, nee Dann haben wir das Eigentor, oh, nee Ja, wer muss hin, wenn er nicht hingeht Macht ihn die andere Spieler vermutlich Kann er nicht viel machen, kann er nicht viel machen Was ist das für ein schlechter Pass da raus Ganz schlecht, der Verteidiger Versucht es zu retten Und das hilft ja nichts, das hilft ja nichts Das hilft ja nichts und das ist tatsächlich Der ASV hier Das ist tatsächlich der ASV, Freunde Dreifach eine noch PSG, Barcelona, Ajax, Amsterdam und er vergisst die Kugel Er vergisst hier die Kugel beim Treffen Es ist so gut Es ist so gut Er so, nee, 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 Keeper Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott Wie kann man denn so einen Fehler machen? Der einfach weg mit der Pille Aber Torhüter sind auch nur Menschen Und Fußballer sind auch nur Menschen Mosa-la Mosa-la? Kloppo guckt nicht und er so Ja, achso, nee, war nicht drin Das ist ja noch besser, wie Kloppo sich freut Ja Oh, war nicht drin War nicht drin Grealish, Grealish Oh, Upamecano Upamecano Oh, und Haaland In die Mitte Tor Bayern Bayern Upamecano Ganz, ganz schwierige Phase Ganz, ganz schwierige Phase Für den jungen Franzosen Kann richtig gut verteidigen Aber wie oft der Kerl ausrutscht Und in letzter Zeit Sich den ein oder anderen Lapsus und Fehler geleistet hat Ja gut, was soll man sagen? Das war nicht so prima Pro Goal Heißt es ja PSG, komm Irgendwie Ajax, Barcelona Irgendwer von denen Bitte, ich will nicht Diese verdammte Chili futtern Die freuen sich hier Mourinho Oh, ja, so Komm ich jetzt noch rein? Komm ich jetzt noch rein? Ah, nee, kommst du nicht mehr Und genauso Kommen die anderen Vereine nicht mehr Ich muss die Chili essen Oh Gott Ah, ja super Wird jetzt schaffen Wenn dir dieses Video gefallen hat Und du lachen musstest Wirst du auch bei diesem Video lachen müssen Also hier klicken Und jetzt gleich weiter lachen Let's go Hoi Ich bin jetzt noch ein bisschen